Und also eine große Krabbe, die sie angegriffen hat? Sie war in meiner Hosen-Tage? Eine Krabbe. Kennen Sie Krabben? Die knacken, wenn man beißt. Und ist es eine lange Tradition, dass sie Fischer sind? Nein. Mein Vater war ein Fall. Und da waren sie auch mal im Studium? Nein. Mein Gott, wie viel brauche ich denn noch? 1K. 600. 1K 600 oder was? Ne, 600. Ich wollte mich so annähern. 600K. Also das hätte ich ja schon bemerkt, wenn das mal so viel wäre. Und das kann man höchst übersehen, wenn man das letzte Level levelt. Höchst übersehen? Konnte ich das nur höchst übersehen? Das kann man höchstens übersehen, wenn man gerade von 84 auf 85 hat. Das heißt, da müssen wir diesmal aufpassen, dass es absolut zeitgleich wird. Bist du leider ab? Nö. Mein Gott. Wir haben 2 getötet. Du meinst, du brauchst mir noch 600. Ach, pscht. Weißt du, ich kann doch unter so einem Stress sein. Mein Gott, ich habe mich halt verguckt. Wie viel brauchst du noch? Oh, ich habe mich nur mit 10 anstelle verguckt. Du brauchst noch 60K? Nein, 5K. Oh Mann, ja stimmt. Aber das gewinnt. Das ist noch zu machen. Also. Wie viele Augen hast du denn? 2. Und als Fischer, muss man da Augen und Ohren überall haben? Nein. Und da haben sie sich ihr Boot selbst gebaut? Nein, ich habe es gefunden. Und dann haben sie den Schluss gefasst, Fischer zu werden. Ich war vorher auch schon Fischer. Und sie haben eine enge Bindung zu dem Schiff jetzt. Ah ne, scheiß Schiff immer kaputt. Tritt er da gar nicht hin. Dann fällt da noch ein frisch gefangener Fisch raus. Mein Job ist so scheiße. Am liebsten, ich würde mich legen in mein Netz. Unter dem Wasser. Irgendwie hat vorne und hinten nichts gestimmt. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Dann können wir jetzt ruhig. Deswegen habe ich auch immer so Angst vor 101. Ich werde, wenn du wiederkommst, habe ich immer noch kein 101 gespielt. Das glaube ich dir. Vielleicht gegen KI, aber sonst. 78. 78. Zwei Level noch. Mal raus aus den Höhen dann. Hm. Wir gehen zu Bett. Wir sind ja nicht so nett. Wir gehen zu Berge. Jahi tralalo. Die Berge für uns nah dahi. Hamalo. Hamalamalamala. 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 Oh, du singst eine Song? Ja. Guck mal, hier ist ein Bild von dem Baum. Den Fort Rasiel. Ich nenne ihn auch Cracky. Hehehe. Hehehe. Hehehehe. Hehehehe. He. 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 Hmm. He. 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 Das ist eine Ehre. Oh, obviously Fanpost, das Agentum-Turnier. Ach, shit. Ich probiere nicht mehr auf den Stirn, das liegt daran, dass er nicht in der Party war. Dann fliegen wir mal wieder zu den Quests. Hm. Das fliegen wir jetzt zu Turing, ne? Ich fliege so mehr oder weniger auf dem Weg. Ja, würde ich auch sagen. Oh, der Himmel ist so schön hier. Was ist das so? Hm, der Himmel ist mir nicht mehr schön. Ja, das ist so üblich, ich glaube nicht. Nur bei Dalaran. Als wenn die Magier so manipulieren, damit sie selber einen schöneren Ausbild haben. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Gibt's hier nicht Quests hier oben? Hier gibt's Quests... Quests... Wow, he's in ganz... ganz Christ camp. In a time of fight. Oh shit. Von Händler. Never ending story. Was kann ich heute für euch zu tun? Man braucht tatsächlich für die Prüfung des Champions eine höhere Ausrüstungsstube. Mindbloing. Von Mindblo... So... Ich will doch anmerken, meine Ausrüstungsstube ist höher als Koji. Die WoW lügt nicht. Es schwindet nicht. Wie geht's? Das war aber ein trauriger Versuch. Das war ein trauriger Five-Ton. Aber der war ja auch super absichtlich. Boah. Das Nest. Der Sturmspitzenader. Ist dieses Quest von dem Mann hier am Rand? Und... Ich hab ja drei Quests oder so. Ich muss mal rausschmeißen. Soodrak. Vermisste Speer auf Brands Spuren und treue Gefährden. Machen wir mal für ein bisschen Speer. Mhm. 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 Wie hoch das Gebirgsmassiv ist. Sehen dich da beim Wasserfall irgendwo? No clue. Ich glaub, ich weiß nur, wer der ist. Ich glaub, ich weiß nur, wer der ist. So, hier ist auf jeden Fall ein Speer. Einen der wenigen Quests, den ich hier jemals gemacht hab. Das wusste ich noch. Das hab ich damals für den Mage gemacht, weil da so einen Zauberstab gab in diesem Questgebiet. Oh was. Damals, als wir das erstmal gegiert haben für alle, ja. Der war besser als meiner. So. Hab ich den geholt. So. Auf Brands Spuren. Ops. Da, doch mal. Jeder, mein Gott. Der hat uns geheimliche Notiz. hat es uns auf dem Bad. Bist du attacken? Wer, wer? Der Droide. Ich dachte, deswegen hast du überhaupt so gesagt. Nee, ich bin aus dem von Greifen gesprungen. Ach. Der ist nur 70. Stimmt mal nicht die Panik. Was ist ein Arsch? Er kann kiten wie ihn vor. Du musst seine Sehnen durchschneiden. Ja. Aber so leicht ist das nicht, wenn er ständig wechselt. Und ich bin jetzt fest. Das ist das Beste. So komme ich raus. Nicer bei StarCraft. Das mit dem Patch des Berserker fliegende Einheiten wenigstens einmal treffen. Ja. Weil da sind die früher echt rumgesprackt. Immer dahinter. So wie du hier. Okay. Okay. Ich bin jetzt. Stunning jetzt. Oh, gut. Stunning hier. das erste Mal. Guck mal, er gewinnt, wenn er die ganze Zeit das weitermacht. Kommt er tatsächlich von mir weg, falls nicht. Ach, schwul. Schreib mir den.